Hm... Hm... Wait... Oh, oh, scheiße, es geht schon los. Äh... Hallo Leute! Ähm... Ja, ich bin der Norman und es geht heute um... Äh... Um... Was geht das genau? Oh Gott, ich hab keinen Plan. Yo Leute! Ich bin Ben! Ich bin Brenda! Yeah! Kann ich mich da irgendwo mit hinlegen? Ich bin wirklich müde. Ich bin heute den ganzen Tag rumgelaufen. Da find ich schon ein Plätzchen. Yeah! Endlich mal hinlegen. Kannst du bitte weggehen? Kann ich mal einmal meine Ruhe haben? Einmal? Sei mal leise, ich muss mich jetzt putzen. Jeden Tag dasselbe hier. Ich versteh's nicht. Ach, wie ist das denn jetzt? Hallo, ich bin die Mami Ratscha und meine Tochter Faxi. Yeah, Faxi muss erst mal trinken. Ach, na toll. Ja, ich muss erst mal trinken. Zip, 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 zip. Kann ich mich da irgendwo dazulegen? Und? Ja! Okay, ich leg mich zu meiner Tochter. Ich bin auch noch da! Ich möchte mich auch dazulegen! Oh Gott, bitte nicht. Oh Mann, immer dasselbe. Alter, ich will doch einfach nur schlafen. Geh doch mal weg. Und ich kann auch noch dazu. So, ich muss erst mal meine Tochter putzen. Ist ganz dreckig und ich möchte immer sauber machen. Oh, hallo Leute, ich komme mal zu euch. Hallo Leute, ich bin die Mama Ratscha. Ich habe hier zwei Töchter. Kannst du jetzt endlich mal leise sein? Die Klappe, er weiß nicht, was er redet. Und ihr... Ich möchte schlafen. Willst du Stress? Willst du Stress, Norman? Willst du Stress? Ja, komm doch, komm doch, ich habe keine Angst. Ich will einfach nur weiter schlafen. Was versteht ihr alle daran nicht? Hallo, was ist das? Warum riechst du mich an? Hallo, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Ja, dann muss ich erst mal gehen. Jo, Mama, was machst du denn da? Ach, Schätzle, ich zeige natürlich deinem Vater gegenüber Liebe. Ach komm, rät doch keinen Müll daher. Hm, aber so langsam habe ich schon mal Hunger. Hm. Ja, Leute, das darf ich mir den ganzen Tag von Norman anhören. Was soll denn das? Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Hä? Wer kommt denn da rein? Die Kiescher. Und hopp. Kiescher, was machst du schon wieder hier? Hallo. Tschüss. Yay, hallo. Ja. Hallo. Frauchen, bleib mal stehen. Ich möchte was sagen. Leute, stimmt, ich bin richtig, richtig süß. Ja, das bin ich. Ach komm, rät dir doch so einen Scheiß nicht ein. Hey, hör auf, so mit meiner Tochter zu reden. Der Helder ist nicht gerade nett von dir. Ich habe gar nichts gemacht. Ach komm, lass ihn. Der Typ ist heute nicht so gut drauf. Was laberst du? Hey, nicht so nah. Wow. Ja. Ich weiß nicht, was ich vor der Kamera machen soll. Guck mal, ich wacke, wacke. Oh nein, lieber dich. Leute, ich kann tanzen. Moment. Ich zeige euch gleich mal. Ja. Ach. Moment. Hm, ich werde doch da jemand angewandt kommen. Wer ist da? Jo, jo. Ich bin auch. Was geht denn so? Was geht denn so bei euch? Ach, ey, ey. Ich will gestreichelt werden. Yeah. Oh, yeah. Genau das liebe ich. Hey, ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Oh nein. Geh bitte weg. Ich will nicht. Ja, das ist so gut. Genug Streichel-Einheiten bekommen. Hey, was soll das schon wieder? Setz dich doch nicht da hin. Alter, nur einmal, einmal will ich meine Ruhe haben. Was soll denn das? Sorry, ich mach's wieder gut. Komm, ich putz dich mal. Ich mach's wieder gut. Hey, Mama. Mir ist voll langweilig. Was soll ich denn machen? Komm her, ich putz dich. Ja, danke. Cool. Ja, danke. Ich mach's. Ich mach's. ケter.